Ein rätselhaftes medizinisches Mysterium Thomas hatte kaum die Intensivstation betreten, als ihm auffiel, dass die Atmosphäre anders war. Ein Gefühl von Spannung lag in der Luft, ein unerklärliches Raunen ging durch die Reihen der Pflegekräfte und Ärzte. Als er sich umsah, entdeckte er den Grund, ein Patient lag in einem isolierten Bereich, umgeben von einer Vielzahl komplexer medizinischer Geräte. Selbst für die hochtechnologisierte Intensivstation war diese Anordnung ungewöhnlich. Nach der morgendlichen Übergabe erfuhr Thomas mehr Details. Der Patient, ein älterer Mann, litt unter einer Reihe von Symptomen, die weder die Ärzte noch die Fachleute zuordnen konnten. Mehrere Tests waren anberaumt und Thomas wurde beauftragt, die komplizierte Prozedur der Lumbarpunktion vorzubereiten. Während er die notwendigen Materialien zusammenstellte, kam Dr. Weber, die leitende Ärztin, zu ihm. Thomas, wir zählen auf deine Erfahrung. Dieser Fall ist äußerst kompliziert. Wir brauchen präzise und zuverlässige Ergebnisse. Das war der Moment, den Thomas immer als herausfordernd empfand, aber auch als besonders lohnend. Er war auf dem Höhepunkt seiner Pflegekarriere, konfrontiert mit einem medizinischen Rätsel, das vielleicht nur einmal in einer Lebenszeit vorkam. Als alles für die Lumbarpunktion vorbereitet war, traten sie in das isolierte Zimmer ein. Unter den wachsamen Augen von Dr. Weber und anderen Spezialisten führte Thomas den Eingriff durch. Es war eine heikle Situation, in der jede Bewegung zählte. Schließlich wurde die Flüssigkeit erfolgreich entnommen und zur sofortigen Analyse geschickt. Kaum war diese Aufgabe abgeschlossen, kam ein Anruf von der Notaufnahme. Ein junges Mädchen war nach einem Sturz eingeliefert worden und die ersten Anzeichen deuteten auf ein schweres Schädelhirntrauma hin. Thomas eilte zur Notaufnahme, um das Mädchen zu stabilisieren und auf die Intensivstation zu verlegen. Der Morgen war gerade erst zur Hälfte vorüber und Thomas spürte bereits, wie die Anspannung und die Verantwortung seinen Körper und Geist forderten. Aber das war der Teil seines Berufs, den er am meisten schätzte. Die unberechenbare Natur der Medizin, die ständigen neuen Herausforderungen und die Möglichkeit, wirklich einen Unterschied im Leben der Patienten zu machen. Der Nachmittag begrüßte Thomas mit neuen Herausforderungen. Das junge Mädchen aus der Notaufnahme war inzwischen auf der Intensivstation und benötigte eine Reihe von Tests, um den Umfang ihrer Verletzungen besser zu verstehen. Die Vorbereitungen für ein MRT liefen auf Hochtouren, als ein Piepen seinen Aufmerksamkeit erregte. Es war das Isolationszimmer. Der ältere Mann mit dem rätselhaften Zustand zeigte plötzliche Veränderungen in seinen Vitalparametern. Thomas eilte zurück und fand Dr. Weber bereits im Zimmer. Wir haben die Ergebnisse der Lumbarpunktion und es ist nicht gut. Wir müssen sofort handeln, sagte sie ernst. Thomas half bei der Verabreichung eines speziellen Medikaments, das durch die Experten für solche Fälle empfohlen wurde. Die nächsten Minuten waren ein Wettlauf gegen die Zeit. Alle Augen waren auf die Monitore gerichtet, die die Vitalfunktionen des Patienten anzeigten. Nach einigen bange gefüllten Minuten stabilisierten sich die Werte endlich. Kaum hatten sie diesen kritischen Moment überstanden, wurde Thomas zu einer anderen dringenden Situation gerufen. Ein Patient mit einer Sepsis brauchte dringende Versorgung. Er wusste, dass der Weg zur Erholung lang und schwierig sein würde, aber die ersten entscheidenden Stunden waren entscheidend. Während er die Antibiotika und die notwendigen Infusionen vorbereitete, konnte er seine Gedanken nicht vom älteren Mann im Isolationszimmer fernhalten. Was konnte eine solche Reihe von Symptomen verursachen? Es war ein medizinisches Rätsel, das ihn die ganze Schicht über beschäftigte. Gegen Ende seiner Schicht schaute Thomas auf die Uhr und stellte fest, dass es bereits spät war. Die letzten Patientenberichte mussten noch geschrieben und die Übergabe an die Nachtschicht vorbereitet werden. Er ging durch die Station, überprüfte die Patienten und besprach den Tagesverlauf mit dem Nachtdienst. Schließlich konnte er seinen Tag beenden, aber die Gedanken an die komplexen Fälle, insbesondere den älteren Mann im Isolationszimmer, ließen ihn nicht los. Thomas wusste, dass er erst am nächsten Tag wieder eine Gelegenheit haben würde, den Fall weiter zu untersuchen und das Unbekannte nagte an ihm. Erschöpft aber erfüllt machte er sich auf den Heimweg. Der Tag war voller Herausforderungen gewesen, aber auch voller Chancen, Leben zu retten und medizinische Rätsel zu lösen. Und so ging Thomas schlafend den Kopf voller Fragen, aber mit der Gewissheit, dass ein neuer Tag neue Antworten bringen würde. Untertitelung des ZDF, 2020